Hallo da draußen, auch wir möchten gerne kurz was sagen, wie wir uns auf die Geburt unserer achsten Tochter vorbereitet haben und auch jetzt schon in Vorbereitung auf die zweite sind. Dank sanfter Geburt hatten wir wirklich eine super Vorbereitung auf die Geburt. Es war total schön, wie man den Partner mit einbeziehen kann und wie man zusammen durch das Geburtserlebnis geht. Aber ich muss auch sagen, ich habe extrem viel gelernt, wie man die Verbindung zum Baby schon davor aufbauen kann und diese dann natürlich auch stärken kann. Und ich als Partner an der Seite von meiner Frau habe zwar nicht viel machen können, aber das Wenige war enorm ausreichend für mich, um mich zu stärken, um für sie auch wirklich ein Stück weit der Fels in der Brandung an ihrer Seite zu sein. Dankdessen haben wir es wirklich geschafft, als Paar noch stärker zusammen zu kommen und ich glaube, dadurch auch heute so eine Familie zu sein, wie wir heute sind und freuen uns jetzt schon riesig auf die Geburt unserer zweiten Tochter. Lieber Urs, vielen, vielen Dank für alles, was wir von dir gelernt haben, was wir von dir haben mitnehmen können und wovon wir auch heute noch profitieren. Und wir hoffen wirklich, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die ähnliche Erfahrungen, wenn nicht sogar noch bessere machen können als wir. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Urs. Alles Gute euch da draußen. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss.